Wundervoll guten Morgen hier. Heute mal wieder auf Deutsch. Eine kleine Morgeninspiration. Ich habe gerade ein bisschen Yoga gemacht, ein bisschen Stretch, ein bisschen Bad Stretch. Und ja, jetzt wollte ich noch ein bisschen inspirieren mit Dr. Joe Dispenza und ein bisschen Wisto von Satkovo. Brad, 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 Brad und so weiter. Wenn du, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir jemand anderes sein wollen, wenn wir uns verbessern wollen, wenn wir irgendwo hinwollen im Leben, wenn wir Lebensziele haben, dann müssen wir einfach jeden Tag uns fragen, was kann ich heute tun, um dorthin zu kommen, wo ich sein will, und wer will ich sein und wie muss ich wachsen, um dahin zu kommen, und was kann ich heute verändern, welche kleinen Driebkonditur in der näher Zukunft man sieht.